So, das war noch mal wieder ein Schmackerl hier vom Udo, so wegleben, das passt doch, oder? Hat es euch gefallen? Ja, schon? Euch auch, ja? Gut. So, dann habe ich mir natürlich auch wieder jemand ganz Besonderes, noch ein Stargast, wir überschlagen uns heute hier nur so, und sie ist im Moment eigentlich überall, da liest man mal was von ihr, so ähnlich wie bei dir, Amy. Und sie ist sexy, jung und stinkreich, begrüßt mit mir Paris Hilton! Nice to meet you here, you look very great, you have very sexy legs. It's nice to meet you, me too? Yes, very nice. Ja, that's good. Oh, yeah. Do you like Eichelsbach? I love Eichelsbach. It is sexy? It's very sexy. Please, sit down on the couch, okay? You are very picky. You are very picky. So, Paris, wait a minute. Verstehst du mich jetzt? Ja, ich sehe mich jetzt. Okay, sehr schön, sehr schön. Ja, Paris, schön, dass du da bist. Ähm, was macht's Hotel? Also, es geht so. Mal gut, mal schlecht. Dir ist das eh egal, ja? Hauptsache, du kannst ein bisschen Geld rausspeisen, das passt halt. Gut, ähm, jetzt haben wir hier, ähm, was kommt da, sechs? Ja, jetzt habe ich hier vom ZDF eine Showgruppe, die Showgirls. Die Gruppe nennt sich X-Press und würde ich sagen, Bühne frei für die Gruppe X-Press. Das geht so. Applaus 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 3 1 1 2 3 4 6 6 10 7 13 15 16 16 16 17 Die Musik Das war's für heute. 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 Alles klar? Okay, ausmarsch! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.